Hallo, in diesem Video geht es um Variablen und wie man diese programmiert. Ich würde euch allerdings empfehlen, bevor ihr dieses Video schaut, schaut euch das vorherige Video an zu Variablen. Da zeige ich euch, was Variablen genau sind und was für Wertebereiche die jeweiligen Variablentypen haben. Fangen wir direkt an. Und zwar mit der Deklaration der Variable. Dazu schreiben wir erst den Variablentyp, in dem Fall ein Integer, also ein 32- bzw. 64-Bit-Wert. Und danach kommt dann der Name der Variable. In dem Fall Name der Variable, das könnte man jetzt aber auch, was weiß ich, Zahl 1 nennen. Oder es ist völlig egal, wie man diese Variable dann nennt. Damit hat man sie deklariert. Das heißt, man hat angegeben, diese Variable gibt es dann irgendwo. Oder es soll zumindest Speicher dafür freigemacht werden. Dann geht man hin und definiert diese Variable. Das mache ich jetzt in der IntMain-Funktion. Generell macht man das dann im Konstruktor der Klasse, also in der Funktion, die genauso heißt wie die Klasse selber. Das ist der sogenannte Konstruktor. Da deklariert man dann die Variable häufig mit 0 oder dem Startwert halt. Man kann sie allerdings auch in der Funktion oder in dem Programmbereich deklarieren, wo man diese dann braucht. Das geht genauso. Also Name der Variable ist gleich, nehmen wir jetzt mal 50 und die Zahl 1, sagen wir jetzt ist gleich 90. Also das ist gleich, ist wie ein richtiges ist gleich, das bedeutet einfach, der Wert 50 soll der Name der Variable zugewiesen werden. Oder besser gesagt, hier unten der Wert 90 soll der Zahl 1 Variable zugewiesen werden. Also eine Variable ist wie in Mathematik einfach ein veränderbarer Wert, könnte man sagen. Also man weist einem gewissen Wort oder einem Buchstaben eine Zahl zu, der immer wieder verändert werden kann. Wie in Mathe halt. Also jetzt wollen wir uns das Ganze auch noch ausgeben. Also einmal Name der Variable. Wenn man jetzt hier schon irgendwas eingibt, dann sieht man auch, da kommen solche Vorschläge. Das bedeutet einfach, dass man das Ganze nicht ausschreiben muss, sondern ich kann jetzt hier einfach Enter drücken. Und dann kriege ich das schon vorgeschrieben. So, machen wir hier jetzt noch ein Leerzeichen dazwischen. Und noch Zahl 1 und Semikodon. Wenn wir das Ganze jetzt mal ausführen, kriegen wir einmal 50 und einmal 90. Was man nicht vergessen darf, ist die Definition der Variable. Weil wenn man diese vergisst, kann es passieren, dass halt entweder 0 in der Variable steht. Das wäre noch der Idealfall. Oder es steht einfach irgendwas in der Variable. Eben, was halt an dem Speicherbereich, wo die Variable adressiert ist, eben drin steht. Also es kann irgendein beliebiger Wert sein. Das ist völlig zufällig, was da drin stehen kann. Und wenn man dann damit rechnet, zum Beispiel hochzählt, man hat irgendeinen Startwert, dann kommen halt falsche Ergebnisse raus. Das muss man sich immer noch vor Augen führen. Ja, das war es allerdings schon mit den Variablen. Wie gesagt, Variablen-Typ, Name der Variable und dann später die Variable nochmal hinschreiben, ist gleich und eben den Wert. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst einen Kommentar da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann.